So, willkommen zum nächsten Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Trophäe 100 Hektar dünn macht. Dann müsst ihr natürlich erstmal hier weg machen. Und dann braucht ihr und ein Traktor. Und das Gefäß da hinten dran. Das wäre... Wo ist es denn? Und dieses hier. Wenn man ihn dann abgeholzt hat, dann lasst ihr das drüberlaufen und dann täglich halt damit machen. Und das war's auch schon wieder. Tschüss, Dankeschön, es war Schini. Mit E. E. Spannende 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 Vielen Dank.